Fußball-Profi Toni Janschke kauft eine weitere städtische Immobilie in Hoyerswerda. Für 220.000 Euro erwirbt der Borussia Mönchengladbach-Spieler das Gebäude, in dem sich die Touristinformation und der Tourismusverband Lausitzer Seenland befinden. Es soll zu einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebaut werden, heißt es in der Beschlussvorlage für den Verwaltungsausschuss, der am Dienstag grünes Licht für das Vorhaben gegeben hat. Außer dem Eckhaus kauft Janschke auch zwei anliegende Grundstücke, die bisher als wilder Parkplatz genutzt wurden. Im Frühjahr hatte der Fußballer bereits das ehemalige Standesamt erworben, das mittlerweile saniert wird. Das Fußball-ABC hat der Profi übrigens beim SV Einheit heute HSV 1919 gelernt und gibt es einmal jährlich bei einem Trainingscamp zu Pfingsten an den Nachwuchs weiter.